Heeeeya... Ihr Sterbschnuppe! Willkommen zurück zu Galleon! Zum nächsten Abschnitt! Beim letzten Mal haben wir einen kleinen Zwischenboss gehabt, und zwar Bryce! Einer von Jabez Crew! Und ja, der hat auf uns geschossen, aber wir haben ihn besiegt mit kleinen Umständen Schwierigkeiten und ja, haben den getötet, hier liegt er! Und können daher weitermachen, jetzt direkt im Anschluss, um Face zu retten, das ist natürlich unser Ziel nach wie vor, eine Pistole, die man natürlich nicht sehen kann! Klar, das ist ganz schlimm! Und ein Pilz ist hier auch! Nehmen wir natürlich auch mit! Haben wir auch verdient, den Pilz! So, jetzt haben wir noch... Was haben wir jetzt eigentlich hier? Äh, ich hab beim letzten Mal auch schon geguckt! 7 von 15 rote Pilze und 12 von 20 Pistolen! Acht Pistolen sind hier noch! Nie! Ist doch überschaubar mittlerweile, ne? So, hat der eigentlich noch was für uns hier! Bryce! Captain Bryce! Äh, Captain Price! Der Price ist heiß! Oder so, äh... Da ist auch was! Okay! Was haben wir hier? Ähm... Zurück! Ah, das wollt ihr nicht! Komm her! Komm an die da! Komm an die da! Okay! Komm her! Ich hab glaube ich... Ich hab glaube ich einen Vorteil hier! Der Position! Ich sterne mich alle selber weg hier! Komm her! Okay! Er kommt... Er kommt schon! Er kommt schon! Er kommt schon wieder! Er kommt schon wieder! Dann komm mal her! Ich lass dich immer hierher kommen! Komm mal her! Ja! Na ja! Der Beste ist ja auch nicht in Sachen Jump'n' One, ne? Ach, weißt du! Ich will nicht, ob ich irgendwo gut abspringen sollte! Das läuft ja besser! Komm her! Sagen wir mal weiter, du Dornpilz! Wo bist du denn? Da oben ist er ja! Na komm her! Na komm her! Alter! Das war jetzt voll Blöde! Ich wurde von dem her wüscht, ey! Ah! Mann! Was hab ich jetzt gemacht? Ach! Ach! Ach Gott! Ich halt... Das war natürlich das Blöde! Hat mich jetzt voll erwischt, diese... Diese eine da! Hier so eine Pistole! Dann haben wir die auch noch ein! Das ist ja jetzt ganz blöd gelaufen, ne? Ist ja... Ich hab das überlebt! Zum... Mit etwas Glück! Das war jetzt Glück! Ja, was machst du denn? Ja, was machst du denn? Bring mich einfach... Lauf da rüber! Damit ich da hochkomme! Na, okay! Ich komm hier gar nicht hoch! Okay, ich muss dann hier rüber nochmal! Und... Darüber springen! Na ja! Okay! Gut war das jetzt nicht eben die Aktion, aber na ja! Die waren ein bisschen doofer als ich! Hier noch ein Pilz, ne? Ein roter Pilz! Okay, uns fehlt hier noch wie nur ein blauer Pilz, meine Rie, Leute! Ein blauer Pilz, wir finden uns noch! Ja, wir haben 815, rote Pilze, ein blauer Pilz fehlt uns noch! Tränke und 7 Pistolen! Das ist mittlerweile überschaubar! Ist ja auch noch was zu sammeln! Na, nope! Ist hier nicht! Ich hab wieder ein... Pilz um! Ein nächster, nächste Bus! Aha! Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wo? Ja? Was ist das denn? Jetzt treff ich den nicht! Auch mal seltsam, ne? Du willst dann mit Faust kämpfen, hier geh mich kämpfen! Ich krieg aber ein bisschen besser kleiner als die anderen! So! Aber manchmal... Ach! Jetzt hab ich den natürlich nicht gesehen, dass er... Das hab ich auch noch! Mit Ninja Moves hier, wisst ihr! Komm schon! Ey, wieso treffe ich den nicht? Ah! Das ist manchmal schlimm! So! Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Ich treffe ihn nicht! Ich kenn mich fast gar nicht, das hab' gesagt! Boah! Boah! Der räumt mich aber weg, ey! Ja! In der Wicht, ey! Boah! Das war ja auch was, ey! Puh! Fevent haben wir jetzt getötet! Wie auch immer, Fevent Ösya haben ihn erwischt! Und das war ein harter Brocken, ey! Der war schwerer als Erste mit seinen schnellen Bewegungen! Weil man auch nicht so gut in... Aber es kam das nicht so perfekt, wenn man nicht genau abschätzen kann, weil man angreifen kann! Und manchmal hab ich das Gefühl, man müsste ihn treffen, aber dann... Wie aushalb der Reichweite kann ich ihn gut einschätzen in dem Spiel! Aber auf jeden Fall, wir werden den nächsten getötet! Und dann in einem Abschnitt nicht abgeschlossen! Das war also quasi wieder ein Kampf und ein... Zwischen Boss! Ich hoffe, ihr habt euch Spaß daran! Denkt an die Kommentare, an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst wann und wie es weitergeht! Und ich sag danke fürs Zusehen! Und bis zum nächsten Mal!